schön gut mein lieben das wäre wieder mit einer runde der rallye und wir sind angekommen in dem der schlimmsten gegend für mich hier in der rallye das ist wales jawohl das war's wo jetzt ist der hammer die röse 1 ich habe jetzt schon mal sehen was ich meine jetzt ist echt scheiße hier muss ich mich konzentrieren durchs wasser da laufen wir ja auch noch Alter, es ist da los wo ist die Kurve denn? Binderhof gestreut, Binderhof gestreut keine Säure, keine Säure, ich komm nur durch huh schmuck also eigentlich geil aber extrem schwer für mich voraus extrem scheiße schwer es wird hier sehr eng und sehr sehr dingzig na komm sehr schwierig Wales, echt, finde ich sehr schwierig Wales finde ich äußerst schwer ich weiß gar nicht mehr, wie man schreiben wie ich schon gemacht Kuppe links vier in rechts 6, mittig bleibt über Kuppe in rechts 6, 130 Vorsicht, Kuppe in scharf rechts scharf rechts und scharf rechts in links 6 über 130 über Wellenkraben innen da muss ich echt rückwärts fahren naja komm 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 ach doof komm schon das wird ja gar nicht mehr so scheiße also wenn du länger baust als 15 Sekunden oder so dann macht er das automatisch links 5 innen halten in rechts 3 über Kuppe das ist ja eh vorbei ne also man kriegt für höchstens 15 Sekunden abgezogen KG Arsch der Wales ist echt schwer Leute ich stell mir mal ein bisschen los an wenn ich hier konzentriere in rechts 6, 60 wie es sein sollte Kuppe vielleicht Sprung über Kreuzung ich schrei immer so nicht Vorsicht rechts 6 übersprung 60 rechts 6 über Kuppe über Kreuzung in Vorsicht links 6 Kuppe Welle in zwei lang traben innen Kuppe rechts 6 links 6 rechts 6 über Kuppe 110 durchsenken Achtung rechts 4 lang nicht schneiden macht zu bis 3 über Kuppe sofort kehre links die Etappe hier geht ja noch ne geht ja noch und rechts 4 lang das ist warum ich Wales hasse das kommt ja erstmal noch die ist ja schon irgendwie kacke also eigentlich nicht das sieht machbar aus aber es sind so komische enge Sachen hier immer und weißt du ob ich meine also Wales ist schon scheiße in rechts 4 über Kuppe eng innen halten diese Wales Geschichte ist schon hart rechts wirds innen halb nur so ich kürgen was er denn ne und sowas und rechts 6 in links 6 in rechts 3 lang in links 3 in links 3 halb lang Gruppe vielleicht sprung ist schon ein bisschen anspruchsvoll hier Wales wer jetzt ist schon hart wenn wir ja nicht zu ist krass sowieso verkackt vorsicht links 6 über Kuppe 80 bergab 90 grad rechts 90 grad rechts aus klar ich darf es abbeschieren ich will es aber nicht mehr wissen rechts 6 alter links 4 halb lang innen halb ich verarschen den hier in Wales ist es wichtig sicherlich ankommt aber auch auf der Strecke bleiben auf der Strecke bleiben einfach drauf bleiben keine Zeit durch irgendwelche dämlichen Ausflüge da verlieren durch irgendwelche Verbremser oder Ausrutscher einfach auf der Straße bleiben das ist in Wales höchste Priorität das ich schon nicht erfüllt habe das heißt Wales wird richtig scheiße für uns auf alle Fälle da kannst du ruhig ein bisschen langsamer fahren und äh und auf der Strecke drauf alles andere wäre scheiße so wie es jetzt ist gerade und wir sind auch ziemlich lang so wie es jetzt schon möglich wie sehr auf der anspruchsvoll sind wir auch nur sechster geworden ja das ist schon fünf minuten ja dann machen wir noch ein bisschen was fünf minuten sechs minuten umgekehrt also das ist die haben wir noch nicht gefahren die kommen wir noch dazu irgendwann in der nächsten höheren stufe kommen glaube ich noch mal zwei dabei dann muss 66 etappen fahren pro event glaube ich so war es und so geht das dann immer weiter da sind die bomstämme ich habe jetzt schon vor der kuppe gebremst aber hauptsache wieder oben kuppe in links fünf innen halten 3 tor 80 links halten durch tor rechts 5 über kuppe macht zu bis 4 und links halten über kuppe 150 durch senke vorsicht links halten über kuppe senke links 600 rechts rechts über kuppe 150 durch senke die schmerzen links 6 halb lang kuppe und achtung bremsen links halten über kuppe in rechts 2 macht zu bis 1 macht auf warte nu rechts 5 und rechts 5 über kuppe über 100 durch senke mittig halten über kuppe und tor 100 diese kuppe meint er ja Achtung links halten über kuppe vielleicht sprung mittig halten über großen sprung und kuppe in rechts 6 kuppe 100 links 6 posten da sind die posten 6 4 macht zu bis 2 über 80 kuppe in rechts 5 lang hinten halten ich versuche mich zu konzentrieren leute links halten über lange kuppe rechts 5 lang hinten halten in links 5 über kuppe 100 oh ist das eng oh ist das sch scheiße ja wir fahren noch um und runter jetzt aber da los 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 2 lang macht zu bis 1 in rechts 2 nicht schneiden links halten über kuppe also wenn du dich hier in rails rechts hinten halten Achtung hängt links 4 nicht drängst und nicht von der strecke abkommst dann liest du gut in der zeit dann bist du gut vorbei da vorne auf jeden Fall aber wie gesagt die computer machen auch Fehler 150 über kreuzung offene kehre links aber wie es halt auch realistisch ist ja das ist schon sehr viel wert auf rechts 2 mal zu bis 1 Achtung Torausgang ja das muss gelegt worden hier bei dieser spiel finde ich gut ne also wenn du dir sowas sparst in rechts 6 lang inhalten indem du halt auch etwas vorsicht wieder fährst und wie langsamer bist kannst du ruhig langsamer fahren das spielst du wieder auf wenn die anderen rausfliegen also bleib einfach drauf gib hier Ratschläge ne und ich selber nicht hin weil man natürlich auch so schnell wie möglich sein will und links 6 und links 6 über Kuppe mach zu bis 5 über 80 aber wenn du dich erstmal auf dieses Spiel so ein bisschen eingeschossen hast und weißt ich kann ruhig ein bisschen langsamer fahren in links 5 innen halten 100 und trotzdem gut abschneiden rechts 5 lang und vielleicht beim nächsten mal etwas schneller noch da durchfahren und links 5 über Kuppe 60 wenn ich das Ding auch noch ein bisschen kenne dann gleich oder weiß was ich da für Anweisungen kriege und wie ich die auch umsetzen kann am besten so von wegen Kurvengrad und so weiter wie kann ich die Kurve nehmen bis zum 3er ist und so weißt du was ich meine dann da kommt dann die Geschwindigkeit links 6 durch senke 150 links 6 innen halten 150 grade durch senke mittig halten über Kuppe links 4 innen halten rechts 6 über Kuppe 60 rechts 6 innen halten und links 5 über Welle rechts 6 lang 80 rechts 6 bis ziel nicht da runter Ziel kurz vorm Ziel noch auf den Arsch gelegt das ist das Allerschlimmste in der Geschichte das kann man nur ausschaut und rein da die arme Karko süß der kleine vierte naja ist ja normal bei uns ja wir haben plus 2 Minuten also das Event ne auf diesem Event ne oder jetzt von 4 Events ist das jetzt die Gesamtdings das ist die Meisterschaft ne ja ich glaube das ist die Gesamt ne von diesem Event ne Event Zwischenstand genau alles klar wir haben einen Riss in der Scheibe habt ihr gesehen haben wir das grad schon gesehen ne ne aktuelle Position 4 also wir sind wir haben einen gut gemacht ein Plätzchen wir sind aber schon bei 11 Minuten liebe Freunde das sind 5000 das sind 4000 da gibt es auch noch längere die kommen dann später wahrscheinlich also machen wir die nächsten Ball wieder im nächsten Video würde ich sagen also bis dahin macht's gut ciao ciao